Musik So, wir sind jetzt gerade im Tessin angekommen, besser gesagt in Incella. Die Ladies sind ihre Zimmer anbeziehen und ich führe euch ein bisschen umeinander. Hier bei uns in Casa Madonna beim Workout Weekend. Zuerst einmal die wunderbare Aussicht. So, dann haben wir hier alle unsere feinen Früchte. Und natürlich noch ein bisschen Schokolade-Bounty-Yoguretti-Vorrat. Oh! Fuck! Jetzt sind wir schon im nächsten Garten. Bye, bye! Habt's gut! Gart! In Guetta! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020